fährt Olaf Scholz die gesetzliche Rentenkasse an die Wand? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de und ich betreibe noch einen YouTube-Kanal für eine bessere Rente für alle Generationen. Ein Herzensthema. Es geht hier in diesem Beitrag auch um das Thema der gesetzlichen Rente. Meine Damen und Herren, die Ampelkoalition tut ja zurzeit relativ viel. Es kommen immer wieder neue Gesetzgebungsverfahren auf den Tisch. Es geht um die Kindergrundsicherung. Da wird sich wieder mal zu richtig dolle gestritten. Dann kommt der Justizminister Buschmann und sagt, wir müssen das Scheidungsrecht, also nicht das Scheidungsrecht, sondern das Unterhaltsrecht reformieren und vieles andere mehr. Aber was die Ampelregierung nicht tut, sie redet nicht über die gesetzliche Rentenversicherung. Und mit jedem Tag, den diese Ampelregierung schweigt und nichts tut, vor allen Dingen unser Bundeskanzler hier nichts tut und schweigen kann er offensichtlich ganz, ganz gut, wird die Situation an sich immer prekär. Meine Damen und Herren, es wird ja oft so getan, auch heute ist das so und das war auch in der jüngsten Vergangenheit so und so wird es auch von der Deutschen Rentenversicherung dargestellt, dass ja die Rentenversicherung, die Rentenkasse gut aufgestellt ist und dass es ihr gut geht und dass die Leistungen alle gezahlt werden können. Das ist eine Momentaufnahme, die auch so vielleicht unstreitig ist, aber in Wirklichkeit sieht die Sache doch viel, viel anders aus. Wir haben mit der gesetzlichen Rentenversicherung ein gigantisches Problem angehäuft, das seit 40 Jahren nicht bearbeitet wird. Und Schuld an der ganzen Misere haben die aktuelle Politik und auch die vergangene für uns zuständige Politik, die also Bundesregierungen, die also praktisch seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts regiert haben und bei der gesetzlichen Rente nichts gemacht haben. Sie kennen ja noch diesen Spruch von Norbert Blüm, schon verstorbener Bundesarbeitsminister, der damals gesagt hat, die Rente ist sicher. Und genau das hat jetzt Olaf Scholz, da hat er mal was gesagt, konterkariert und hat gemeint, nein, die Rente ist zukünftig nicht sicher, wenn wir hier das Arbeitskräfteproblem in Deutschland nicht in den Griff kriegen. Er will es ja über den Zuzug von Ausländern in den Griff kriegen. Da können wir uns auch nochmal darüber unterhalten, ob das eigentlich der richtige Weg ist. Aber ich will mal hier in einen hochinteressanten Artikel reingehen von der Neuen Züricher Zeitung vom 25.08.2023 und da steht folgendes geschrieben, meine Damen und Herren, so fährt die Ampel die Rentenkasse an die Wand. Und dann haben wir hier das Foto von Kanzler Scholz und der Johannes Bockenheimer, Wirtschaftsredakteur der Neuen Züricher Zeitung, hat das ganz gut beschrieben und hat hier mitgeteilt, wie die Situation ist. Also man streitet sich in der Bundesregierung, in der Ampelregierung über vieles, aber nicht über das an sich wichtigste Thema, nämlich die gesetzliche Rente. Und wir haben ein milliardenschweres Finanzproblem und das tut sich jetzt so richtig auf. Und dieses Finanzproblem wird nicht dadurch besser, dass unser Bundeskanzler hier weiter schweigt und nichts macht, sondern es wird an sich immer schlimmer. Und das Kernproblem, was die ganzen Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten hatten oder immer noch haben, ist die Angst davor, Wähler zu verschrecken. Aber meine Damen und Herren, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wissen doch ganz genau, wie es um die gesetzliche Rentenversicherung steht. Wir haben ein sinkendes Rentenniveau, wir haben weniger Beitragszahler und immer mehr Renten. So, und das Kernproblem ist ganz einfach, wir müssen das ja finanzieren. Ja, wir müssen die gesetzliche Rentenversicherung finanzieren. Es ist ein umlagegesteuertes System. Und die Zahl, also die Misere ist ja dann relativ schnell erklärt. Ich hatte es ja gerade gesagt, ja. Und dass wir zum Beispiel Anfang der 1960er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten wir ja noch ein Verhältnis von einem Rentner zu sechs Arbeitnehmern. Das heißt also sechs Arbeitnehmer haben für einen Rentner praktisch Beiträge eingezahlt und haben über den Generationenvertrag hinaus dann sozusagen dafür gesorgt, dass der Rentner seine Rente bekommt und dass die Steuerzuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht so hoch waren. Und gucken Sie sich das jetzt mal bitte an. Ich hatte das schon in einem anderen Video mal erläutert, dass wir ja bis 2027 so um die 135 Milliarden Euro Ausgaben haben als Bundeszuschuss. Und das ist der Kapitalbedarf der Rentenkasse 2023 mit 112 Milliarden Euro. Das ist der absolute Hammer. Ja, und es gibt nicht nur in der Wissenschaft, so wie es hier dargestellt ist in dem Beitrag, einen Konsens darüber, dass die Rentenkasse in eine Krise schlittert, sondern das wissen wir alle, die gesamte Bevölkerung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir hier, wer hier Angst haben will. Ja, also wir haben doch in Deutschland schon ganz andere Krisen und Situationen gehabt, die viel schlimmer waren als das, was jetzt noch kommt oder kommen kann, wenn nicht gehandelt wird, nämlich zum Beispiel die Energiekrise in den 70er Jahren, wo es kein Öl und kein, also wo die Spritpreise explodiert sind. Oder denken wir bitte unsere Situation in Gesamtdeutschland oder damals leider in dem geteilten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren doch alles Situationen, wo die Menschen auch nachdem, dass alles wieder vorbei war, neuen Kraft und neuen Mut geschöpft haben und vorangegangen sind. Aber und ich glaube auch, dass ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland sehr wohl weiß, was mit der Rentenkasse ist und welche Vorstellungen und Wünsche unserer gemeinsame Bevölkerung hier hat. Aber ich sage es nochmal, Bundeskanzler Scholz verschleppt das Problem, wie immer, ja, und macht eigentlich nichts und es besteht in der Wissenschaft, bei den Ökonomen und auch in der Bevölkerung ganz klaren Konsens, es muss was gemacht werden. Und es reicht nicht mehr aus, dass die Rentenkasse mit mit immer höheren Steuern, Steuerzuschüssen im Bundeszuschuss letzten Endes stabilisiert wird, sondern wir müssen hier ganz andere Maßnahmen einleiten. Jetzt kommt natürlich hier in der Neuen Zürcher Zeitung, wie immer, das Problem oder der Vorschlag, das Renteneintrittsalter muss steigen. Also meine Damen und Herren, das Renteneintrittsalter ist nicht unser Problem in Deutschland. Das Renteneintrittsalter wird nicht dazu führen, dass die Rentenkasse entlastet wird. Das ist völliger Nonsens. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja auch oft so, was Ökonomen hier, also Topökonomen behaupten, das Renteneintrittsalter muss steigen, damit unsere Rentenkasse entlastet wird. Das Renteneintrittsalter, wenn das steigt, führt letzten Endes nur dazu, dass das Rentenniveau weiter sinken wird, weil die Leute höhere Abschläge bekommen und es führt auch nicht dazu, dass wir mehr Beitragszahler bekommen. In keinster Weise. Wir verschleppen sozusagen an sich nur mathematisch gesehen das Problem von 2031 vielleicht auf 2040 oder so, wenn wir dann ein Renteneintrittsalter bei 70 haben. Das ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Also das Renteneintrittsalter, also um die gesetzliche Rente zu retten und es an dem Renteneintrittsalter festzumachen, halte ich für absolut falsch. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wofür ich stehe. Ich stehe für eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung und wir müssen einfach die Mut und die Kraft haben, uns die Wahrheiten ins Gesicht zu sagen und zu sagen, Leute, so geht es nicht mehr weiter. Und ich, ich stehe ja nicht nur alleine mit dieser Forderung, sage, wir brauchen eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Kanzler Scholz, alle Beamten, alle Selbstständigen, Arbeitnehmer, alle müssen einzahlen. Beitragsbemessungsgrenze muss abgeschafft werden. Wir müssen auch mehr, wir müssen auch die Einnahmeseite sozusagen über die Beiträge deutlich erhöhen und damit entlasten wir letzten Endes auch den Sozialstaat und den Finanzstaat, in dem wir nämlich dann nicht mehr so viele Bundeszuschüsse brauchen. Ja, wenn wir mehr Beiträge reinkommen und wir müssen auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Frauen bessere Bedingungen haben, dass sie arbeiten gehen können und dass wir Kindergartenplätze haben. Wir müssen die Bedingungen in der Bildung verbessern. Ja, nur durch gute Bildung können wir gute Jobs anbieten und können wir gute Jobs auch nehmen und haben dann die Chance, höhere Einkünfte zu haben. Und wir sehen es ja. Wir sehen es ja, wie viele Minijobber es gibt in Deutschland. Wir sehen schlecht bezahlten Jobs. All das führt dazu, dass wir hier in Deutschland in eine Rentenkatastrophe hineinlaufen. Aber das Hauptproblem, die Demografie wird nicht gelöst. Das heißt also 2025, 2026, wenn die Bundeszuschüsse dann auf 135 Milliarden Euro sind oder vielleicht sogar noch höher. Vielleicht geht ja dann den handelnden Politikern das Licht an. Meine Damen und Herren, keine guten Aussichten für unsere gesetzliche Rente. Noch steht sie gut da. Aber ich sage, wir haben hier ein Riesenproblem und das ist sozusagen das Problem, dass die deutsche Politik federführend unser Kanzler schlicht und ergreifend nichts tut. Und die Ergebnissansätze oder die Lösungsansätze liegen alle auf dem Tisch und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also tief Luft holen. Ich hoffe, dass wir eines Tages vielleicht auch mit einer neuen Bundesregierung, die dann die Kraft hat, diese Dinge anzugehen, hier einen vernünftigen Weg finden. Ich meine, der erste Lösungsansatz wäre, eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung auf den Weg zu bringen, damit endlich auch Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit herbeigeführt wird, damit auch unsere Jugend weiß, dass sie später einmal eine ordentliche, auskömmliche Rente bekommen, als äquivalent, als Gegenwert für ihre Tätigkeit, ihre Arbeit. Ja, das war's. Näheres zu diesem Thema. Wie immer auf Rentenbescheid24.de oder auf unserem YouTube-Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen. Einfach dort mal nachschauen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.